Hey Leute, GMAX hier und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Minecraft Küste, meine lieben Freunde. Und wie ihr seht, wir stehen hier in der jetzt fertigen Arena, meine lieben Freunde, die wir in der letzten Folge angefangen hatten zu bauen, liebe Freunde. Und wie ihr seht, es sieht auf jeden Fall schon mal mega, mega nice aus, Leute. Wir haben mit den ganzen Ziegelsteinen und sogar hier mit Eisengittern gearbeitet und haben coole Formen in die Wände gebracht. Hier haben wir so Mauerstücke verwendet, so Zäune aus Ziegelstein mäßig. Hier, ja, mit Tissblöcke, nichts Neues für euch, das kennt ihr. Hier schön mit Laternen verziert, das Tor. Ich glaube, wir machen sogar noch so ein Fallgitter dran, so damit die Gladiatoren, wenn sie hier reinkommen, also die Spieler, ihr wisst schon, Leute, dass die dann hier quasi direkt loslegen können, nachdem das Gitter entfernt wurde, dass das quasi so einen Auftakt symbolisieren soll. Und ja, oh, warte mal, mir ist ja gerade aufgefallen, ich bin ja jetzt in DIA-Rüstung unterwegs, Leute, das wisst ihr ja noch gar nicht. Wir haben uns nämlich OP-Villager letztens gemacht. Ich hatte in letzter Zeit einfach mehr Lust, so zu spielen offscreen, anstatt Folgen aufzunehmen. Da war ich ein bisschen faul, Leute, aber dafür geht es jetzt etwas aktiver weiter hier auf Küste. Auf jeden Fall haben wir jetzt Full-DIA-Rüstung, Leute. Ist auch ganz gut enchanted, hier Schutz 1, Schuss sicher 3, Haltbarkeit 3, Schutz 2, Feuerschutzatmung. Ja, also, man kann es auf jeden Fall noch verbessern, Leute. Ich denke mal, das machen wir dann in den nächsten Folgen. Und ja, aber Leute, wie findet ihr ganz echt die Arena? Hier auch so mit den Säulen am Rand. Ich habe 5 Säulen ins... nee, 6 Säulen. Warte, 8 Säulen. 8 Säulen insgesamt. Auf jeder Seite des Gebäudes habe ich 2 Säulen gebaut, liebe Freunde. Vielleicht werden wir die nochmal mit dem Gebäude verbinden, so an den Seiten verbinden. Das könnte auch noch ganz gut ausschauen. Auf jeden Fall. Daumen hoch für diese geile Arena, liebe Freunde. Ich finde es einfach nur nice. Und hier werden wahrscheinlich in den nächsten Folgen ein paar coole PvP-Kämpfe ausgetragen werden. Gegen andere YouTuber vielleicht. Aber Leute, natürlich ist die DIA-Rüstung und die Arena nicht das Einzige, was wir alles geschafft haben auf Screen. Ich werde euch jetzt zeigen, was sich auf der Insel selber, auf Minecraft-Küste, der Hauptinsel selber so alles getan hat. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Anschauen. So, liebe Freunde. Da hinten seht ihr schon ein sehr, sehr großes Gebäude. Das hat der Mace Mage gebaut. Aber hier gehen wir erstmal hier zum lieben Alex. Der hat hier ja seine kleine Wohnung gehabt quasi. Ich glaube, die habe ich im letzten Video schon gezeigt. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er hier seinen Keller, womit er in eine riesige Farming-Hülle runterkommt. Hat er auch seine zwei Villager auf jeden Fall. Hier so, keine Ahnung, der macht Steine, der hier macht Essen. Mäßig. Jetzt nicht so krass besonders. Hat hier Kerzen. Das ist ganz cool. Der hat Mace Mage ihn, glaube ich, gemacht. Gecraftet oder gefunden irgendwo. Hat hier hier sein kleines Kartoffelfeld. Was ganz nice ist, endlich jemand, der Kartoffeln anbaut quasi. Oh, lecker. Das auf jeden Fall schon mal dazu. Gehen wir hier weiter zu unserem Rüstungs-Villager, den lieben Albert, wie ich ihn genannt habe. Und Albert ist ein ganz besonderer Villager. Denn er kann uns eine Full-Dia-Rüstung geben, Leute. Äh, ja. Hier kriegen wir eine richtig geile Hose auf jeden Fall. Der Rest ist so, naja, mittelmäßig. Aber die Hose kann man auf jeden Fall schon mal machen. Hier ein Dia für ein Amulet. Sehr interessant. Keine Ahnung, wer das machen würde, liebe Freunde. Aber gut. Ziehen wir weiter auf jeden Fall. Die anderen Villager sind jetzt nicht so besonders. Das sind einfach nur ganz normale Stick-Trader. Die habe ich euch letztens schon gezeigt. Die meisten haben wir allerdings jetzt schon auf Meister gemacht. Der hier gibt zum Beispiel Schildkrückenmeisters Pfeile. Sehr interessant. Aber jetzt, meine lieben Freunde, würde ich sagen, ich zeige euch jetzt, was alles Neues gebaut wurde. Ja, Leute. Wie ihr seht, wir haben jetzt ein komplett neues kleines Dörfchen hier. Ein kleines Örtchen, würde ich sagen. Das hat Mace Mage gebaut. Das hat alles Mace Mage gemacht, liebe Freunde. Hier kommen wir in sein Hauptgebäude. Hier schon mit Alpha-Clan-Bannern. Äh, gehen wir erstmal rein. Hier haben wir ein schönes Gemälde Jackie Chan am Start. Hier gehen wir rum. Er hat ein richtig cooles Bett, Alter. Ein richtig cool eingerichtetes Zimmer. Hier dieser Sakura-Twee zum Beispiel mit den Kerzen. Das sieht so gechillt aus. Hier hat er seine Schatzkarte platziert. Auf jeden Fall mega, mega nice. Hier ist sogar ein Plattenspieler. Hat er irgendwo Platten? Ja, hier hat er Schallplatten. Sehr interessant. Mal gucken. Wir machen mal kurz die Lautstärke etwas höher. Und gönnen uns mal den Sound dieser Schallplatte. Oh. Also der Song heißt Wait. Auf Deutsch warten. Hat so ein... Ja, so ein Fahrstuhl-Sound, möchte ich sagen. Gehen wir nochmal in den zweiten Stock, beziehungsweise die erste Etage. Und ja, hier ist bisher noch nichts. Hier wird bestimmt noch einiges so passieren. Hier können wir jetzt aufs Dach, liebe Freunde. Und hier hat er einen mega, mega coolen Wachtturm gebaut, liebe Freunde. Mit dem man quasi alles überblicken kann. Da hinten ist sogar ein kleines Schiff gebaut. Das habe ich tatsächlich gebaut. Für Mace Mage. Dazu kommen wir auch nochmal gleich. Wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir in so ein kleines Dörfchen. Hier hat er kleine Ziegelsteine, beziehungsweise Coppestone, Holzhäuser gebaut. Hier ein kleiner schöner Brunnen. Ach ja, den hatten wir ja letztens gezeigt. Ach ja, aber der hatte ja noch kein Dach gehabt. Genau, da kommt man nämlich unten hin. Da ist so eine Tür, wie ihr seht. Soll nämlich so ein kleiner, geheimer Tunnel sein, der aus dem Brunnen herausführt. So, was aber auf jeden Fall neu ist, liebe Freunde, ist diese mega fette Kirschblütenholz-Villa. Komplett aus neuen Blöcken gebaut. Jetzt außer hier vielleicht Deepslate. Aber Leute, ihr seht, richtig geräumig. Auch mega schön von außen. Er hat sich an so eine ganz spezielle Anleitung gehalten, müsst ihr wissen, aus so einem offiziellen Minecraft-Buch, was er besitzt. Hier hat man einen richtig schönen Balkon. Schöner Ausblick so in die kleine City rein, die bisher so ist. Genau, er hat hier weißes Glas verwendet. Und da draußen, wie ihr seht, ist ein cooler Swimmingpool, liebe Freunde. Mega nice. Ey, wenn er jetzt hier noch so Glowstone reinmachen würde, irgendwas beleuchtungsmäßig, vielleicht hier schon so Laternen einbauen würde, statt Fackeln. Das wäre auf jeden Fall schon mal richtig nice. Und ja, Leute, ganz ehrlich, lasst mal wirklich einen Daumen nach oben da für Maze Mage, fette, geile Villa, liebe Freunde. Auf jeden Fall mega, mega nice, was er so alles gebaut hat in letzter Zeit. Da hinten haben wir tatsächlich auch nochmal ein neues Gebäude von einem Spieler. Und dieser Spieler hat sich tatsächlich ein Tutorial ausgesucht. Ich glaube, hier fitten Block. Und ja, hat hier schön eingerichtet. Auf jeden Fall mega, mega cool. Hier auch schöner Ausblick. Kann man auf jeden Fall machen. Hier unten ist bisher nicht so viel. Er hat hier aber sehr, sehr viele Fässer, wo er theoretisch was reinlegen könnte. Und ja, kleines Sortiersystem quasi an der Stelle. Hier ansonsten noch ein nettes kleines Schüppchen, was ich noch für den Maze Mage gebaut habe. Und ja, ist quasi so ein Starterboot, wo man quasi alles hat, was das Minecraft-Herz begehrt. Auf jeden Fall wäre es das schon mal mit den ganzen neuen Gebäuden, liebe Freunde. Und ich muss halt wirklich sagen, dafür, dass wir halt keine Folgen aufgenommen haben, haben wir wenigstens mega, mega viel gebaut, liebe Freunde. In den nächsten Folgen werden wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen um Rüstung und Tools kümmern, damit wir quasi, wenn es zum Fight kommt, gegen andere Spieler oder so oder gegen Mobs, dass wir da auf jeden Fall noch besser ausgestattet sind. Und das sollte eigentlich einfach nur so eine Folge sein, wo ich zeige, was alles neu entstanden ist auf dem Server. Und ich würde sagen, das wäre es auch für diese kleine, aber feine Folge, würde ich sagen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst ein Abo da und ich würde sagen, nächste Folge kümmern wir uns um unsere Tools. Auf jeden Fall, bis dann, haut rein, euer GMAX. Tschüss! Tchau! Tchau! Tchau!